Für den Spukforst, der Old Fox, der, also wirklich, dieser Fuchs, immer nur am Hühnerjagen. Wie kann ich am schnellsten die depperten Dingsbums farmen, die, weißt schon, genau, Upgrade Motul geht, go ahead, oh ja, Energiekerne, na ich war schon, zum Spider, zum Spider kannst du Energiekerne holen oder Beutezüge annehmen mit die Waffenkalibrierungen. Ah, ja, wäre auch eine Idee gewesen, genau. Ich schmeiß mir den Tod rein, da, grüße ich, ich bin's, eins, euer Untergang. Oh, da ist eine Kiste, eine goldene. Wo? Da, wo ich bin. Zwei Schokomünzen für mich. Ja, das ist wirklich eine Kiste. Ja, ich wusste gar nicht, dass es Kisten da gibt. Ich auch nicht. Tja, jetzt weißt du's. Seltsame Schokomünzen. Ja, genau. Und die sind wichtig, ne? Du. 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 Und bei irgendeinem Zweig gibt's nämlich einen Zweiger, wo ein großer, weißer Kreis ist. Und ich glaub, wir müssen alle drei rein gehen. Okay. Falls ich den wieder sehe, sag ich's euch. Oh, Oga, ich liebe euch ja so sehr. Ihr seid so mit Lieblingsgegner. Genau. Nur einer. Oder was? Es sind zwei nicht genug. Ich habe ihn wohl nicht gewonnen. Ich habe ihn wohl nicht gewonnen. Passt schon. Ich habe ihn wohl nicht gewonnen. Passt schon. Oh, toll. Und da ist der Unbesiegbare. Oh, 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 oh. Passt schon. Nur noch zwei Prozent. Nur noch zwei Prozent. Und zum Boss. Nein, 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 nein. Er gibt mich raus aus der Web. Hör! Ah! Scheiße. Okay, gut gemacht. Dankeschön. Oh, schwere Armung. Und irgendeine Quest habe ich erledigt. Bis ich gepasse auf Merkur. Okay. Geht's hier aus, geht's hier aus, geht's hier aus? Ging sich nicht aus. Boah, die flimmendste Waffe. Ach, scheiße, der Immunitätskrieg ist da. Schnell weiter in den nächsten Abschnitt. Geh weg. Alter, der Nächste, der mich aus dem Web rauskickt. Das gibt's nicht hauptsächlich was gegen mich? Ich frage es nur so Interesse halber, weißt? Geht's weiter, ich hol mich selber. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Wo bist du überhaupt? Ich bin schon wieder da, geht schon weiter. Ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das! Nicht! Scheiße. Okay. Okay. Noch einmal von vorn. Scheiß Ritter. Komm, halt den Schlupfen. Und hier will ja keiner spielen. Schleich dich. Oh Gott, der redet mir doch wirklich scheiße durch den anderen. Wer ist da bitte, der ist böse manchmal. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich wollte gerade eigentlich verurschen, aber da ist mir wirklich nachgelaufen. Was macht ihr eigentlich? Achso. Ich weiß nicht, ich komm da irgendwie wieder nicht auf. Ja, schon scheiße, wenn man kein Titan ist, gell? Nicht das. Nein, wenn man nicht hupfen kann, das ist alles. Was? So. Nächste Runde. Wer gehört da? Warum gehört sie es? Was soll das? Ich will nicht so lange auf jedem Zweig bleiben, weil mir verfolgt der scheiß Ritter. Nein, der ist schon weg. Der ist mir vorher auch nachgelaufen. Der ist mir durch die Barriere durchgelaufen. Endpass. Na, bewegen hätte er sich schon einmal dürfen. Den haben wir jetzt gewetzt, ein bisschen. Nein, nicht, dass die Barriere aufbaut, das heißt, die ist ein Problem sammeln. Danke. Ich hau mich gleich mal an den großen Dicken da unten. Echt? Ja, ja, und bin schon tot, weil die sind alle auf der Scharfschütze unterwegs da unten. Oh, maskierte Bomber. Geh. Ich hab's aber auch jetzt nicht gesehen. Was hast du's nicht gesehen? Die Scharfschütze, weil sie sich gerade im Roten versteckt haben. Ich hab ja gesagt, das sind welche. Ja, ja, ich hab's ja gesucht, aber nicht gefunden. Ach, der Wahnsinn da. Inzwischen hat der alte Fuchs alles gekleert. Dieser Fuchs, der. Nein, nicht alles. Auf den großen Dicken hat er vergessen. Oder halt nicht getroffen. Das ist ein Erfolgserlebnis, muss ich halt los. Wenigstens ist er noch ein bisschen menschlich. Autsch. Komm her, du Roter, du. Komm her, Dicke. Zack, beide runterwischt. Wie ist denn der? Da ist er. So, wo geht's jetzt wieder zu der scheiß Tür? Warte mal, war das nicht irgendwo da drüben? Folget mich. Jawohl. Nicht. Ich glaub, falsche Richtung, oder? Nein. Ich hasse diesen... Gehst du weiter oder nicht? Oh ja, geht eh weiter. Sag ich ja. Die Web zeigt das andere an. Ich glaub, das ist ein Bug. Naja, das ist genau dieser Ast. Der ist... Der Tücher ist, glaub ich, schon richtig. Ja, der ist richtig. Ja, er ist eindeutig richtig. Und wir gehen zum Boss. Boah. So sieht der Umschläge nicht aus. Ja. Nein, er geht noch. Oh, nicht. Hm, Bubbles. Oh, Baby. Yeah. Ich steh auf Kühlchen. Ich steh auf deine Kügelchen, die du fallen lässt. Na, dann freut mich das. Na, bitte. Da sind wir schon beim vierten. Das hab ich am... Da versteckt sich ein dicker Zyklop. Oida, ich hau dir vor, gegen seinen scheiß Shield. Wo ist ein dicker Zyklop? Zyklop? Vielleicht dieser. Achso, den hast du dich gemeint. Sorry. Der komische kommt schon wieder. Na. Der komische. Ich muss mich gerade fokussieren. Geht schon, kannst du es holen. Dich, danke. Ja, ich muss nur schauen, wo da... Ja, ja, ich schaue hier um dich herum. Wo du hab geschaut. Aber der ist weg. Der steht bei mir. Der steht bei mir. Hey, dicke. Danke. Und los geht's. Ab durch die Wand. Hoffen. Ja, genau, Alter. Einer. Ein einziger. Kann mich killen. Mit vollem Leben. Jetzt gab ich nicht hin. Kommt's aber. Wenn's die Errangeren sahen, die sind schon ein bisschen stärker. Nein, das war ein normaler. Den hab ich schon fast niedergehabt. Da gibt's keine Errangeren auf der Map. Oh, jetzt war ich. Ich will gerade dann gekietzern. Mit einem arangenen Balken zumindest. Na gut, bei mir war's keiner. Aber wurscht. Boss. Boss. Na, noch immer nicht weg. Aber gleich. Komm schon, den schafft man. Es gibt ja nicht. Jawohl. Er ist nur ein alter Fuchs. Er wird dir nicht wehtun. Schau mich nicht an. Ah, da ist wieder der Unsterbliche. Das gibt es ja nicht. Ein Stück zu früh. Der unbeugsame Schrecken. Hinter uns. Gar nicht wahr. Das ist was für den Scharfschützen da vorne in der Mitte. Irgendein Ritual oder sowas. Schaut spooky aus. Der Zyklopi ist immun. Oh Gott, der Ritter. Das gibt es ja nicht. Was hat denn der heute? Was, der ist immun? Gar nicht wahr. Das Glücksten. Das Auge kann man immer treffen. Ist er weg schon, oder? Ja, jetzt ist er weg. Weg ist offen. Ah, der Ritter ist runtergefallen. Der Ritter ist gerade runtergefallen. Oh Gott. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich setze mich da jetzt her. Alleine, weil der Ritter runtergefallen ist, da wollte man nachgehen zum Zykloppen. herrlich. Schön. Ach Mist. Jetzt kickt mich dieser. Oh, fast aus der Welt raus. Ja, schau mich an. Schau mich an, wenn ich mitgerät. Schau mich an, wenn ich die Schnellen Rippen schieße. Genau. Wer schießt denn da? So ein Kackgerät da, Alter. Hör auf, mich so weit weg zu kicken an Dauern, du grindiger Schirr. Echt jetzt. Oh, wir haben noch erledigt. Den schaffen wir noch. All red, all red. Ui. Ui. Okay. Haha. Kiste. Goldene. Wieder mal. Schokomünzen. Bei mir. Vis-a-vis von der Tür. Und jetzt nicht mehr sterben, gell? Benny. Hast du gehört? So. Jetzt ist es endlich mal interessanter. Boom, zack, tot. Not. So, los. Und jetzt kommt. So. Das war's für heute. Nein, zum Glück nicht, aber ich hab schon geglaubt. Ach shit, da sind schon wieder die scheiß scharf süßten Dinger unterwegs in Deckung. Die Schwebe-Dinger. Ja, mich haben's auch erwischt. Old Fox nicht sterben. Hast du ein heilendes Rift? Ah. Ich bin gleich wieder da. Ich hol mich selber. Wir haben jetzt nichts zu verschenken. Ich bin gleich wieder da. Wir halten einiges aus. Wer? Die mit dem orangenen Balken. Ach so. Aha. End-Boss. Gut gemacht. Gut, der ist eh gleich weg. So. Und weg ist er. Ach, noch immer nicht. Aber jetzt. Aber jetzt. So, jetzt hältst du dann aufpassen. Ja. Genau in der Mitte entlang. Nicht. Boah. Ach shit, ich weiß gar nicht, wie viel Schiffen groß ich jetzt hab. Drei. Drei. Vier. Ah, eh alle. Alles leer. Alles leer. Hm. Ach so, ich muss Münzen außerhalb des Spukforests sammeln. Masam hat ein schönes bekommen. Oh, die Pre-Tech Wehrwolf. Ja. Du musst es nur schauen, in welchen Schiffen. Dass das gefällt. Die zerlege ich gleich. Erhöhter Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter mit aktiver Super und verbesserte Stabilität sowie Präzision. Ist kaputt. Mhm. 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 Wow. Wir haben 6 Zweige geräumt. Jeder. Was ist das? 6, 12, 18. In Summe 18 Zweige. Ui. Er startet ja die nächste Runde. Verzeihung, das wollte ich gar nicht. Mhm. Mhm. Ja.